Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet zu Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand, heute vom 14. September 2024. Die Themen der heutigen Sendung werden sein Mekong River tritt über die Ufer Regierungserklärung der Premierministerin Verschuldung der Haushalte auf Rekordhoch Pattaya, Ausländerstil Taxi Thailands neuer Star ist ein Zwergflusspferd. Mekong River tritt über die Ufer Der Pegel des Mekong Rivers steigt. Es wurde mit Evakuierung in Nongkai begonnen. Der Pegel erreichte gestern Mittag 13,28 m und lag damit 1,08 m über der Uferlinie. Das steigende Wasser hat bereits zu einer erheblichen Überschwemmung der Uferstraße geführt. Um die Auswirkungen auf das Wirtschaftszentrum der Stadt abzumildern, versuchen Behörden der Stadtverwaltung mit Sandsäcken zu verhindern, dass das Hochwasser in das Stadtzentrum eindringt. Was Chiang Rai betrifft, so ist die Provinz weiterhin von schweren Überschwemmungen betroffen, die Tausende von Menschen vertrieben und große Schäden an Häusern und Infrastruktur verursacht haben. Premierministerin Pettong Tan machte sich vor Ort ein Bild. In der Provinz ist vor allem der Bezirk Maesai betroffen. Rettungsteams versuchen, Menschen in schwer zugänglichen Gebieten zu erreichen, die sofortige Hilfe benötigen. Viele ältere Menschen, Frauen und Kinder, sitzen in Häusern fest. Oft ohne Nahrung, Trinkwasser und medizinische Versorgung. Der internationale Flughafen in Shanghai war am Donnerstag geschlossen worden, ist jetzt aber wieder geöffnet. Die Frage ist nur, ob man wegen der Überschwemmung auch zum Flughafen gelangen kann. Es wird daher empfohlen, bis zu fünf Stunden für die Anreise zum Terminal einzuplanen. Passagieren wird empfohlen, sich vor Abflug von und nach Chiang Rai bei ihren Fluggesellschaften nach dem neuesten Stand die Dinge zu erkundigen. Regierungserklärung der Premierministerin Am Donnerstag gab Premierministerin Petong Tan ihre Regierungserklärung ab, in der sie zehn dringende Maßnahmen zur Bewältigung drängender nationaler Probleme hervorhob. Dazu gehört eine umfassende Umstrukturierung der Schulden, insbesondere bei Wohnungs- und Autokrediten, die sowohl formelle als auch informelle Schulden unterstützt. Außerdem will die Regierung kleine und mittlere Betriebe vor unlauterem Wettbewerb schützen, insbesondere durch ausländische Online-Plattformen. Weitere wichtige Maßnahmen sind die Senkung der Energiekosten durch Umstrukturierung der Energiepreise und die Sicherung zusätzlicher Energiequellen. Ferner sollen in Bangkok einheitliche Tarife für den öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. Die Regierung plant, neue Einnahmequellen zu erschließen, indem sie die informelle Wirtschaft in das Steuersystem einbezieht und das Bildungs- und Gesundheitswesen unterstützt und die Sozialhilfe ausbaut. Um die nationale Wirtschaft anzukurbeln, wird die Regierung die digitale Geldbörse einführen, wobei sie besonders schutzbedürftigen Gruppen Vorrang einräumt. Erste Zahlungen sollen in diesem Monat erfolgen. Weiterhin soll der Agrarsektor modernisiert werden, um den Wert landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu steigern. Der Tourismus soll durch neue Attraktionen wie Unterhaltungskomplexe mit Casinos, Hotels und anderen Freizeiteinrichtungen gefördert werden. In Bezug auf die Außenpolitik bekräftigte Petong Than die neutrale Haltung Thailands in internationalen Konflikten. Man konzentriere sich auf die Förderung von Frieden und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Verschuldung der Haushalte auf Rekordhoch Die durchschnittliche Verschuldung der Privathaushalte ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,4% gestiegen. Schuldner haben Schwierigkeiten, ihre Kredite zu bedienen. Die durchschnittliche Verschuldung der Privathaushalte hat aufgrund der schlechten Wirtschaftslage, der niedrigen Einkommen und der hohen Lebenshaltungskosten ein Rekordhoch erreicht. Die Schuldner haben Schwierigkeiten, ihre Kredite zu bedienen. Die durchschnittliche Verschuldung pro Haushalt liegt bei über 606.000 Baht und damit um 8,4% höher als im Vorjahr, so das Ergebnis einer Anfang September durchgeführten Umfrage der Universität der Thailändischen Handelskammer. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2009. Demnach stammen 69,9% der Schulden aus formellen Krediten gegenüber 80,2% im letzten Jahr, während 30% auf informelle Kredite entfallen. Der Anteil der informellen Kreditvergabe ist gestiegen, weil mehr Menschen ihr Kreditlimit für die formelle Kreditvergabe erreicht haben, was sie dazu veranlasst hat, sich an Kredithaie zu wenden, heißt es in der Erhebung. Pattaya Ausländer stiehlt Taxi Ein ausländischer Tourist, der etwas über den Durst getrunken hatte, stahl ein Taxi direkt gegenüber einer Kontrollstelle für Trunkenheit am Steuer und prallte gegen einen Strommast. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr auf der Tepassi droht. Die herbeigerufene Polizei hatte es nicht weit, denn der gesamte Vorfall ereignete sich nur wenige Meter von einer Polizeikontrollstelle entfernt. Ein blau-gelbes Taxi war von der Straße abgekommen und gegen einen Strommast geprallt. Die Vorderseite des Fahrzeugs war stark beschädigt. Der stark betrunkene ausländische Fahrer trug nur Boxershorts. Er wirkte verwirrt. Der Besitzer des Taxis erklärte, er habe den Motor laufen lassen, während er in einem Lebensmittelladen ging. Während des Einkaufs bemerkte er, wie der Ausländer ins Taxi einstieg und davon fuhr. Diese Unart ist oft zu beobachten. Auto- und Motorradfahrer parken am Straßenrand, verschwinden vorübergehend, lassen aber den Motor laufen. Dadurch wird der eine oder andere durchaus in Versuchung geführt. Thailands neuer Star ist ein Zwergflusspferd. Thailand hat sich in das Zwergflusspferd Mu Deng verliebt. Gleichzeitig aber bittet der Kaugero Open Zoo in Chonbori die Besucher, sich in der Nähe des Tieres zu benehmen. Die vielen Videoclips und Fotos in den sozialen Netzwerken haben Mu Deng zu einem Star gemacht. Das zwei Monate alte Zwergflusspferd Weibchen erobert die Herzen der Thais wie im Sturm. Auch international wird Mu Deng Aufmerksamkeit geschenkt. Das Time Magazine veröffentlichte am Freitag eine glühende Hommage und bezeichnete das Zwergflusspferd als Ikone. In Großbritannien berichteten der Guardian und die BBC in Singapur die Straight Times und in Japan mehrere Fernsehsender. Kein Wunder, dass dies zu einem kontinuierlichen Anstieg der Besucherzahlen im Zoo in Siracha geführt hat, insbesondere an den Wochenenden. Der Zustrom von Besuchern, die Mu Deng sehen wollen, hat jedoch zu einigen Problemen geführt, da einige Leute Muscheln auf das kleine Nilpferd werfen, während es schläft, weil sie es Laufen und Spielen sehen wollen. Zoodirektor Narong Witt forderte Besucher auf, sich an die Etikette zu halten. Man solle Tiere nicht anschreien oder mit Gegenständen bewerfen. Diese Verhaltensweisen seien bei einem Zoobesuch nicht angebracht. Mu Deng schläft die meiste Zeit, außer während der Badezeit zwischen 8 und 9 Uhr morgens und der Fütterungszeit ihrer Mutter um 14 Uhr. Der geschäftstüchtige Zoo hat inzwischen T-Shirts mit Mo Dengs Bildnis herstellen lassen. Fans können diese auch online bestellen. Soweit die Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom Samstag, dem 14. September 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine informative und interessante Sendung. Wenn euch solche und ähnlich Inhalte aus Thailand interessieren, abonniert gerne diesen Kanal, liked das Video, teilt das Video mit Menschen, die auch etwas über Thailand erfahren wollen. Damit bedanken wir uns für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal. Tempo Mal. Tschüss. Tschüss.